Hi, ich bin Kevin Kasper und ich bin heute hier im Wolfi-Office bei dem lieben Kim. Wir haben gerade die Rolle Martin Stange für die Urspielreihe Die Prüfung aufgenommen. Und wer Martin Stange ist und was der so treibt, das wird sich zeigen im Laufe der Urspielreihe. Also seid gespannt.